Hey, bist du mein Termin für die sanfte Gesichtsreinigung? Ja, sehr schön, dann mach's dir doch schon mal gemütlich. Bevor wir starten, muss ich kurz noch überprüfen, ob ich alles richtig vorbereitet habe. Und das habe ich. Okay, auch in Ordnung. Ich glaube, so weiter habe ich alles. Geht's dir gut? Ja, sehr schön. Warst du denn schon mal bei einer Gesichtsreinigung? Nein, das ist dein erstes Mal. Gut, dann ist das heute also deine Premiere. Ich werde dir ganz kurz erklären, was ich heute mit dir vorhabe. Ich werde dein Gesicht in verschiedenen Schritten reinigen. Dazu werde ich nur Naturmittel verwenden. Ich denke also mal nicht, dass deine Haut ja auf Reizungen oder Mitreizungen reagieren wird. Oder bist du auf irgendwelche Bestandteile allergisch? Okay, nicht, dass du meinst. Gut. Dann würde ich vorschlagen, ich zeige dir einfach alles mal. Und dann können wir in Ruhe starten. Wir werden mit diesem Thermalwasser starten. Das ist wirklich absolut, ja, gut für deine Haut. Reinigt wahnsinnig mild und, ja, hat einen ganz, ganz, ganz angenehmen Geruch. Möchtest du mal riechen? Ja, ist wirklich total angenehm. Ich verwende es auch wirklich in meiner täglichen Reinigung und kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Wir werden das Thermalwasser dann in diese Schüssel geben. Und reinigen, werde ich dein Gesicht ermitteln. Und reinigen, werde ich dein Gesicht ermitteln. Die sind auch so 100% reiner Baumwolle. Fühlen sich mega, mega geschmeidig an. Und, ja, hinterlassen auf der Haut. Ein ganz, ein ganz, ein angenehmes Gefühl. Dann habe ich hier Wattestübchen oder auch Götis genannt. Damit werde ich dir die untere Partie deines Auges reinigen. Dein Augenlid ganz sanft. Und kleine Verschmutzungen entwärmen. Da habe ich hier eins, zwei, drei, vier Stück davon. Und dann habe ich hier noch was. Erschrecke dich nicht vor der Wabe. Aber das ist Heilerde. Und die werde ich dir dann als Maske auftragen. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus. Aber, ja, du kannst ja mal daran riechen. Es riecht eigentlich nach nichts. Aber pflegt die Haut auch ungemein. Und dann habe ich auch hier noch eine ganz, ganz tolle Reinigungsmilch. Die ist mit Olive und für jeden Hauttyp geeignet. Und da steht auch noch, dass es sanft und pflegend ist. Und es wirklich zu keinen Hautreizungen kommen kann. Und alle guten Sachen von der Olive sind da enthalten. Und das benutze ich privat auch sehr, sehr gerne. Dann hätte ich dir ja soweit schon mal alles erklärt. Ich werde mir jetzt hier die Schüssel nehmen. Und das Thermalwasser darin einfüllen. Und das Thermalwasser darin einfüllen. Und dann werde ich mir die Butterpets nehmen und dein Gesicht schon mal ein bisschen voranfurchten. Und dann werde ich mir die Butterpets nehmen und dein Gesicht schon mal ein bisschen voranfurchten. Damit ich es dann schon mal mit der Reinigungsmilch reinigen kann. Okay. Gut. Und ich starte bei deinem Kind. Ich hoffe, das Wasser hat eine angenehme Temperatur. Ja. Sehr gut. Ich brauche noch ein bisschen. Und dann die andere Wange. Der Druck ist auch nicht zu fest. Nein. Okay. Gut. Gut. Ganz leicht werde ich deine Nase reinigen. Okay. Und natürlich auch deine Stirn. Und es tropft ein bisschen. Damit entferne ich schon mal den gröbsten Schmutz und bereite das Gesicht für die Reinigungsmilch warm. Gut. Ich glaube, ich glaube, das genügt von erst. Dann nehmen wir die Reinigungsmilch und geben... Ja. Ja. Und wenn wir diese Menge auf den Händen drücken und dann massiere ich dir das ein ins Gesicht. Lieder. Sehr gut. Den Wangen. Diese Seite. Auf der Nasenspitze. Ich finde den Geruch auch sehr, sehr angenehm. Nicht zu stark, aber die Oliva kommt schon ein bisschen raus, nicht wahr? Ja. Und es hinterlässt auch so einen warmen Film auf der Haut. Ja? Ja. Stimmt. Sehr gut. So. Natürlich müssen wir das Ganze wieder runterholen. Sehr gut. Und starte wieder auf deinen Wangen. So. Sehr gut. Auf der anderen Seite. Auf der Nasenspitze. Ich mag dieses Wort so gerne. Nasenspitze, spitze, spitze, spitze. Nasenspitze, spitze, spitze. Und nochmal Wasser. Wasser. Dann reinig dir ganz sanft unter dem Auge. So. Wirklich nur mit ganz, ganz, ganz leichten Druck. So. Wirklich nur mit ganz, ganz, ganz leichten Druck. Sein. Sehr gut. Und natürlich die Stirn. Nicht vergessen. Gut. Okay. Merkst du schon ein bisschen deinen Unterschiede? Die Haut wird dich gut feiern. Sehr schön. Gut. Dann machen wir weiter mit dem Kut. Die werde ich auch etwas eindunken. In das Thermalwasser. Und dann dein unteres Augenlid etwas reinigen. Okay. Ganz, ganz leicht nur. Man darf da auch gar keinen festen Druck ausüben. Denn sonst kann man nur ein wenig Schmerzen davon tragen. Und das möchten wir ja nicht. An die andere Seite. Okay. Sehr schön. Der Druck ist nicht zu stark, oder? Ja? Nein? Okay, gut. Okay. Sehr gut. Gut. Dann tragen wir jetzt die Maske auf. Und starte wieder auf deinem Kinn. Okay. Das fühlt sich schwer auf der Haut an. Das fühlt sich schwer auf der Haut an. Okay. Und auf dieser Seite. Ich mag das Gefühl von der Erde total. Ich mag das Gefühl von der Erde total. Denn man merkt wirklich, dass es alles rauszieht, was da nicht hingehört. Und das macht es schon besonders. Und anders. Auf die Nasenspitze. Spitz, spitze, spitze. Spitz, spitze, 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 spitze. Und aus der Erde. An die Stirne. An die Stirne. Okay. Sehr gut. Okay. Und das lassen wir jetzt ganz kurz einwirken. Und dann hole ich das wieder mit dem Thermalwasser runter. Sehr gut. Ich werde mir hier gleich zwei schnappen. Und wieder das runter waschen. Zuerst am Beginn. Und auf den Mund. Und auf den Stirn noch ein bisschen Wasser. Natürlich dürfen wir die untere Augenmatte auch nicht vergessen. Und das Gute daran ist, dass man jetzt auch gar keine Creme mehr benötigt. Denn das Thermalwasser schützt und reinigt so gut. So. Ich würde sagen, wir sind dann schon fertig. Wie fühlt sich dein Hautgefühl an? Sehr gut. Das freut mich. Also, wir können das gern einmal im Monat wiederholen. Das wird auch so empfohlen. Du kannst dir gerne wieder vorne einen Termin geben lassen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich dir heute noch einen guten Tag. Und bis bald.